Mehr Sender gehen nicht. Das WLAN-Radio von VR-Radio lässt Sie bis zu 15.000 Sender empfangen. So finden Sie ganz einfach Ihre persönliche Lieblingsmusik und das Beste daran, Sie müssen noch nicht einmal Ihren PC anschalten. Lange Voreinstellungen sind unnötig. Die Sendersuche ist so einfach wie bei einem herkömmlichen Antennen- oder Kabelgerät, denn das Radio verbindet sich automatisch mit Ihrem WLAN und forscht selbst nach Sendern im Internet. Die Senderliste erweitern Sie ganz einfach um eigene Stationen und Podcasts. Und so komfortabel wie am PC ist auch am Radio Ihr individuelles Lieblingsprogramm ausgewählt. Die besten Sender finden Sie immer über die praktische Favoritenfunktion wieder. Auch die Sendeverwaltung ist angenehm übersichtlich und komfortabel. Sie haben die Möglichkeit, die Sortierung thematisch nach Genre, Favoriten oder eigenen Sendern zu organisieren. Die Senderliste können Sie natürlich jederzeit editieren. Auf Ihre eigene Musik greifen Sie ebenso kinderleicht zu. Entweder Sie spielen Ihre Songs vom PC via Media-Streaming über das WLAN oder schließen direkt einen USB-Stick oder einen MP3-Player mit Ihren Lieblingshits an. Der klangstarke Lautsprecher mit Bassreflex hat eine Spitzenleistung von 450 Watt und bringt mit einer Ausgangsleistung von 5 Watt besten Sound in jeden Raum. Starten Sie in die nächste Generation des Radioempfangs. Antenne und Kabel waren gestern.